willkommen zum letzten part der hauptstory von pokémon y in der letzten folge hatten wir die top 4 endlich mal durch geschafft in einem strich und jetzt steht uns vor der tür der champ der kalos region mal sehen was uns jetzt hier geht genug um den heißen brei geredet lasst uns jetzt anfangen der lichtsaal das sieht schon ziemlich königlich aus willkommen ich bin dianta die der champ der kalos region warte mal das kenne ich doch sind wir uns in den irmena und tempera bereits begegnet nicht wahr du und ein pokémon team ihr habt team flair das handwerk gelegt wenn ich mich nicht irre dann bist du sicher auch der junge trainer vor dem brösser platan zu schwärmt vielen dank du und dein pokémon team habt uns alle gerettet ihr müsst wirklich sehr talentiert sein ich freue mich schon sehr darauf euch im kampf glänzen zu sehen ja die ganze selbst ist die champ der pokémon liga los geht's dieser start jetzt mit restladero und ich starte jetzt ziemlich schlecht aber naja gut restladero level 64 und die musik ist richtig geil hat noch manchmal den flair von pokémon schwarz und weiß 2 gegen wir letztes mal gekämpft haben flying press wollte sie einsetzen das ging leider mal in die hose kampf typ kampf typ aber bringt nicht so viel aber restladero wurde mit einem hit getaun wann hättet mona mona goros oh mein gott das fossil pokémon ich liebe diese musik sehr leute denkt was ihr wollt es ist einer der besten tracks als champ klingt ein bisschen wie bei ähm wir gegen lilia gekämpft haben damals in der fünften generation nur etwas aufgepeppter und besser meiner hinsicht nach so es ist natürlich rache und hoden typ mich nicht irre surfer und das hat ja richtig rein und wieso es aussieht wenn wir die ante schon übertreffen viscogon zur top beleber werden wir jetzt mal doch jetzt einsetzen gegen fedaini die attacke wird er immer noch ab das ist ja richtig super von smash das ist unser status der leibt und lebt fokus stoß das ist ein kampf typ attacke aber das widersteht er tatsächlich sehr gut machen wir wieder surfer das bringt jetzt nicht so viel aber fokus stoß werte da sehr gut ab respekt smash machen wir weiter sondersensor also ihr könnt schon damit rechnen dass dieser kampf etwas länger dauern wird aber amma gaga scheint wohl jetzt ein sehr gutes pokémon zu sein so drachenpuls natürlich setzt ihr auch jetzt mal diese 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 variante wieder ein aber wir starten jetzt mit lukarionid in den kampf mit drachenpuls mega lukario gegen ihr viscogon kamehameha ja falsche serie aber egal er sieht aus wie ein kamehameha lehnbrühe widersteht er tatsächlich sehr gut und sie spammt wieder mit top genesungen wie typisch für siegfried style macht den kampf etwas noch spannender nicht mehr so langweilig so ich muss den viscogon jetzt mal drauf gehen ja 3 von 6 haben wir jetzt schon besiegt und das problemlos amma gaga aber da starten wir jetzt sehr gut aurasphäre boah one hit ein crit wie geil ist das denn bitte bambucin 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 mhm das ist ein geist typ wachenpuls ich bin mir sicher ihr letztes pokémon wird definitiv gardegor sein bei der gardegor könnte wahrscheinlich jetzt dann ein zerstörer sein jetzt kommt ihr letztes pokémon aber so aussehen sind wir nicht einmal 10 minuten vergangen wir haben jetzt schon jetzt 5 von den 6 pokémon jetzt schon besiegt das geht etwas zu easy ja dann werden wir mal jetzt inferno jetzt mal weg tun jetzt kommt ihr zu ihr stärkstes pokémon im team jetzt ist jetzt jetzt ist jetzt aber ich weiß nicht die sind jetzt die sind jetzt nur ein typ geist oder was wegen bambucins attacke ich bin mir nicht ganz sicher nochmal drachenpuls ja sie startet jetzt mit ihrem medallion mit mega gardegor ja ich finde die attacke es ging nicht ja es ist typ w es hat auch mond gewalt es ist richtig krank ich muss jetzt dann mit quatschu zu jetzt richtig einsparen ja sehr gut das würde jetzt den kampf jetzt etwas erleichtern wenn es jetzt paralysiert ist wenn es jetzt nicht top genesung einsetzt habe ich noch eine chance sie doch zu besiegen mit daini aber ich glaube daini übersteht es leider nicht shit ein instant crit eieieieieieiei ich werde den kampf jetzt etwas spannender machen Leute so Hitzewelle das war es jetzt wieder mit Diantha ihrer Karriere als Champion von Carlos so schnell haben wir sie besiegt in einen minuten beim anblick von pokémon und menschen und pokémon solch ein gemüt lacht mein herz ich bin so gerührt ich kann meine gefühle gerade kaum in worte fassen ich bin ja so froh dass ich es bis zum champ geschafft habe und diesen kampf erleben durfte du und dein pokémon ihr seid einfach grandios jetzt verstehe ich wieso Platan sich in illumina city so ins zeug legt um dir dem neuen champ eine freude zu bereiten aber darf ich dich noch jetzt erstmal bitten mir kurz zu folgen red dann wurden wir auch noch gespeichert das ist ja richtig nice in dieser feierliche ort wird die rummishalle genannt hier werden die namen in all jener pokémon und trainer für feewig die ihr können in der pokémon liga unter beweis gestellt haben red deine zuneigung zu deinem pokémon team und die art und weise mit der dieses team im kampf alles für dich gegeben hat werden von dieser maschine in den nachwelt festgehalten tja damit haben wir jetzt die rummishalle betreten tja die story ist jetzt mal Hauptstory technisch beendet aber ich glaube es kommt noch etwas weil das ende kann es jetzt nicht so schnell sein Glückwunsch du bist der champ der pokémon liga einige tage später strömten die leute in charren in leon in der city um die rettert von carlos region den neuen champ zu feiern es gibt überwältigende die viele leute gekommen sind um euch zu feiern hier das carlos emblem das ist deine belohnung dafür dass du dem flair zur rede genommen hast ihr seid einfach die besten in damen aller bewohner von carlos möchte ich euch meinen aufrichtigen dank aussprechen vielen vielen dank z tritt gegen mich an ich möchte wissen wie es sich anfühlt ein trainer zu sein pokémon trainer az kämpft gegen uns noch noch ist es alles noch nicht vorbei mal sehen ob wir gewachsen sind gegen sein drei drei pokémon in seinem team also das ende ist es noch nicht ganz das war jetzt ein unerwarteter kampf der jetzt nach dem pokémon liga jetzt schon beginnt also der kampf ist optional man kann gewinnen und verlieren es ist egal ob man den kampf verliert man kriegt eine selbe die selbe szene aber wir werden jetzt mal versuchen az zu übertreffen kampf so simbola mal 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 Aber Demon hält richtig rein, aber Psychokinese juckt ihm nur die Bohne, weil so leicht Musik dann mit seinen drei T-Pokémon nicht so sehr einfach Golgantis Gestein und Geist-Typ Wir starten jetzt mal mit der Aurasphäre, mal sehen ob das bringt Nee, bringt nichts, okay, nevermind Ja, Tag of Atomkraft kennen wir auch schon bereits von Ähm Wer hat dieses Pokémon nochmal? Ja genau Äh, Gerazine hatte es auch natürlich, die Phantomkraft Ein netter Versuch, ich werde jetzt mal wechseln Vielleicht finden wir noch mehr heraus Wer Atet wirklich ist Nach zum Kampf Und wir haben ihn besiegt Ganz easy Danke für diesen Kampf, es ist mir endlich gelungen, die Vergangenheit hinter mir zu lassen Dass ich auf den Ultimative Waffe schuf und ein Leben voller Leid führe, gibt es nicht mehr Das war's für mich doch nicht Еrde die Leute, endlich, nach 3000 Jahren. Diesen Augenblick hat sein Apokon all die Jahre herbeigesehnt. Ein Augenblick, den er wieder dem Mensch wird, in dem er einst sein Herz geschlossen hatte. Also ist es jetzt offiziell, dass Az tatsächlich der verschollene König von Kalos war, der natürlich die ultimative Waffe erschuf. Somit endet jetzt die Geschichte von Apokon Y The Hauptstory. Tja, jetzt kommen noch die Credits, also ich kann es euch ruhig abspielen und jetzt mal mein Fazit über das Spiel jetzt sagen, obwohl ich jetzt noch nicht ganz mit dem Let's Play fertig bin, weil ich glaube ich werde noch das Postgame machen. Also von der Hauptstory her hat es mir sehr sehr gut gefallen. Ich meine, ja, Team Flair, Welt zerstören, die Weltbevölkerung dezimieren. Einfach eine fiese Organisation als Team Rocket, meiner Meinung nach. Und der Soundtrack in diesem Spiel ist einfach nur super. Ich kann es nicht besser beschreiben, aber es ist einer der besten Pokémon-Spiele auf den 3DS. Viele Leute finden die sechste Generation als einer der besten Teile, wegen der Soundtrack, wegen dem Story und die Mega-Entwicklungen, die es jetzt mal neulich hingeführt haben in der Pokémon-Reihe. und ich muss schon ehrlich sagen, ich habe meinen Spaß gehabt in dieser Hauptstory. Dann der Champ-Kampf, die Top 4 war ziemlich gut, also da haben wir, obwohl es jetzt ziemlich stark overleveled war und mein Team war ziemlich sehr sehr im höheren Level als alle anderen hier. Aber trotzdem besser hochgelevelt als wenig gelevelt und wir haben es locker geschafft. Die Region Kalos ist so schön, besonders von der Grafik her. Und die Rivalen, die wir hatten wie Sana, Tiano, Trovato, die sind einfach so nicht die nervigsten Rivalen gewesen. Manche denken jetzt, ja die 4 sind halt die nervigsten Rivalen ever. Aber das sind die aber nicht. Ich finde, das erinnert mich an, das sind auch eher jetzt so wie bei Kamisin und Purpur, waren alle Rivalen ganz gelassen und ruhig. Genauso wie jetzt in der 6. Generation. Aber ja. Dann finden wir später heraus, dass jetzt sogar Azet der verschollene König von Kalos war, der natürlich ein kaltes Herz hatte und Floet dann ihn verlassen hatte. War ziemlich traurig. Na gut, mich will jetzt nicht so viel über den heißen Brei reden. Ich lasse euch jetzt mal die Musik abspielen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein! Euer RedPocketHendo. Ciao! Ciao! Musik 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 Ja, ich habe jetzt mal den Kisek jetzt mal abgespielen lassen und es ist einer der schönsten Melodien. Man konnte es auch sogar mitsingen und ja, ich muss ehrlich sagen, ich liebe diesen Song auch sehr. Deshalb musste ich auch jetzt mal kurz die Klappe halten, weil diese Musik war ziemlich super. So, damit haben wir jetzt die Hauptstory abgeschlossen. Aber unsere Reise ist noch lange nicht vorbei und das Let's Play geht noch weiter. Im Postgame. Also, ich benagere mich fürs Zuschauen, für die Hauptstory. Und wir sehen uns im Postgame. Was jetzt noch ein paar Folgen sein wird und dann sind wir mit Pokémon Y endgültig fertig. Bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Red Poker Tendo. Und falls euch dieser epische Kampf und epische Part gefallen hat, lasst ein Like da und ein Abo, damit ihr nichts verpasst. Euer Red Poker Tendo. Ciao! Bis zum nächsten Mal, haut rein, 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 Untertitelung des ZDF, 2020